Ja, also der Eisenthron scheint sich hier wirklich total zu zerschlagen. Und Sarabak kümmert sich nur noch um seinen Posten. Sarabak meine ich. Hm. Naja, vielleicht finden wir trotzdem irgendwelche wichtigen Informationen hier. Was willst du? Wer seid ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Ach, welche Rolle spielt er schon? Es ist sowieso alles ein völliges Durcheinander. Ähm, ich bin hier, um dem Treiben des Eisenthrons ein Ende zu bereiten. Eigentlich sollte mich euer Eifer wohl beeindrucken. Ihr seid ihr doch ein wenig spät dran, wenn ihr mich fragt. Die Führung der westlichen Division des Eisenthrons, mein Vater und meine Freunde, alle drei sind nicht mehr im Leben. Dann wärst du ein Bruder von Sarabak? In Kerzenburg getötet und ich hätte es wissen müssen. Wer glaubt ihr, hat sie getötet? Garantiert ist Sarabak der Übeltäter. Er verlangt nach der Macht über den Eisenthron, aber welchen Zweck er damit verfolgt, ist mir jetzt ein Rätsel. Er schmeißt mit Gold um sich, als wäre es Kupfer. Und hat sich den Eisenthron zunutze gemacht, um Regierung gegeneinander aufzuwiegeln, anstatt unsere Schätze beisammen zu halten. Er ist auf dem besten Wege, aufgrund seiner Bemühungen, seines eigens dafür angerichtetes Chaos zu ordnen, Herzog zu werden. Großherzog. Aber ich bezweifle, dass der Titel seinen Blutdurst stillen wird. Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr hier? Ich bin hier, um Sarabak für seine Taten umzubringen. Dann werde ich euch ziehen lassen. Je mehr Klingen Sarabak heute Nacht verfolgen, desto besser. Ich muss jetzt gehen. Klingt so, als hätten wir einen Verbündeten. Aber es ist fraglich, ob er uns im eigentlichen Kampf beistehen wird. Denn er ist gerade nach unten verschwunden. Na gut, er wird wohl wissen, dass Sarabak nicht hier ist, auch wenn wir noch suchen, um sicher zu gehen. Keine Zeit für Plaudereien. Oh, hallo Gerogon. Ich schätze, wir hätten euch hier erwarten dürfen. Wischen unglücklich die Lage in Kerzenburg, wie? Unglücklich ist eine schöne Untertreibung. Was wisst ihr darüber, was hier passierte? Ich weiß, dass ihr genauso wie wir von Sarabak betrogen wurdet. Es sieht so aus, als ob unser neuer Anführer nun deshalb aus dem Weg geräumt hat, um ein schlechtes Licht auf euch zu werfen, weil ihr ihm im Wege standet. Natürlich wurde er dann selbst Anführer des Eisenthrons, aber jetzt braucht er uns nicht mehr. Ganz schon unhöflich, uns so fallen zu lassen. Mir wird da ein anderes Wort einfallen, aber gut. Aber das ist jetzt unwichtig, wo seine Amtseinführung doch direkt bevorsteckt. Der Herzogspalast wird bestimmt nie wieder so sein wie früher. Ich muss gehen, es war nett, mit euch zu plaudern. Na gut, jetzt müssen wir gleich im obersten Geschoss ankommen. Da waren ja letztes Mal seine Handlanger gewesen. Also hier die Fünfer-Truppe. Und hier werden irgendwo auch seine Gemächer sein. Oder zumindest die von seinem Vater. Hm, so, so, ihr seid also zurückgekommen. Ah, das wird die andere Geliebte sein von Sarawoc. Wenn ihr fiffigt werdet, Gerogon, hättet ihr euch nicht eingemischt. Ich weiß nicht, wie ihr der Falle meines Fürstens in Kerzenburg-en-Ronnen seid, aber weiter als hier kommt ihr nicht. Warum seid ihr hierher gekommen? Ich hätte gedacht, ihr würdet euch gleich an die Verfolgung Sarawocs machen. Naja, wir sind uns nicht wirklich sicher, wo er gerade ist. Also er soll zwar zum Großherzog gekürt werden, aber ob das jetzt in diesem Moment stattfindet oder in einem Monat, äh, wissen wir halt nicht. Deswegen hier gucken macht am meisten Sinn, oder nicht? Wer seid ihr, dass ihr uns bedroht? So viel Wut und Entschlossenheit. Ich bin Kassandria, Gefährtin Sarawocs. Ich bin schon an seiner Seite gewesen, bevor er überhaupt von seinem wahren Erbe wusste. Das Erbe, das ihr mit ihm teilt. Er wird erfreut sein zu hören, dass ich euch getötet habe. Vielleicht werde ich auf diese Weise sogar wieder seine Lieblingsgefährtin. Ah, ich bezweifle, dass ihr jemals eine Lieblingsfrau werdet. Sarawoc ist bis ins Markt schlecht. Helft uns, ihn zu besiegen und wir lassen euch freiziehen. Ein wirklich amüsanter Gedanke. Ich würde meinen Fürsten niemals hintergehen. Vielleicht versucht ihr besser mit Tamuko. Sie ist für eure Annäherungsversuche sicher eher empfänglich. Ich habe nie verstanden, was Sarawoc an ihr fand. Genug davon. Kommt, meine Biesterchen. Lasst uns kurz einen Prozess mit diesen Eindringen machen. Biesterchen. Ich höre Oga. Ah ja. Na gut, erstmal noch die Oga. Sie hat sich eh wegteleportiert. Obwohl, wegteleportiert oder unsichtbar gemacht. Dann mach du doch mal unsichtbares Entdecken. Du gehst mal hier schon mal in den Gang und du... Wo ist dein Bogen? Da ist dein Bogen. So, und du gehst nicht in Nahkampf mit einem Oga, sondern schießt auf die da. Und du machst magische Geschosse. Und jetzt, wo ich die Kugel gerade fliegen sehe, mach du mal Furcht bann, wenn das nicht zu spät ist. Ja, Konfusion, Konfusion. Das ist nicht gut. Magie brechen. Auf alle. Was kommt? Ah, ein Feuerfall. Nur ich hatte das, kommt jetzt ein Feuerball. So, du machst Magie brechen. Du machst... Was machst du? Oh, wir waren gar nicht einkaufen. Jetzt fällt mir gerade auf, weil jetzt nur ein Stapel im Inventar ist. Du machst Flammenstrahl auf sie. Und der Rest haut sich gegenseitig kaputt. Er beeilt dich mit dem Zaubern. Halt, tötet mich nicht. Bitte. Ich will euch erzählen, wo ihr meinen Herrn findet. Die Unterkelle, da müsst ihr hin. Dort findet ihr Sarawok. Ihr erreicht die Unterkelle über die Abwasserkanäle. Ja, wir sind schon mal da gewesen. Lasst mich bitte jetzt gehen. Meine Feigheit beschämt mich. Also, wenn jemand wirklich bereut, dass er irgendwas Schlimmes getan hat, dann lassen wir ihn ja auch ziehen. Aber sie wird es nicht bereut haben. Sie scheint mir eine absolute Manipulatorin zu sein. Ne, sie können wir nicht gehen lassen. Solltet ihr auch feiglingen. Nun stirbt. Ihr gewählt mir keine Gnade. Ihr ähnelt Sarawok mehr, als er gedacht hätte. Das hat damit nichts zu tun. Oder doch? Na gut. Magische Geschosse auf sie. Irmo und Schießwalte auf sie. Und du auch. Und die Krieger beschäftigen die Ogre. Alle auf den da. Na, hat nicht gereicht. Na gut, nochmal. Und du, mach mal Furcht Bannen. Aha. Haben wir schon verschwendet. Na also. Dann mach du jetzt große Heilung auf ihn. Und du gehst mal einen Schritt weg. Auch schicke Namen. Ark. Und wie hieß der andere? Ra? Ne, Uff. Uff und Ark. Ja. Genau die Geräusche, die sie gerade machen. So, noch eine Heilung für Khaled. Der Rest ist wieder bei Sinn. Ja, schön. Dann schauen wir doch mal, was sie dabei hat. Ja. Ja. Jede Menge Schriftrollen. Ja. Also, Notizen sind nicht Schriftrollen. Die sind also verheiratet. Na gut. Und eine Heldentat würde ich das nicht unbedingt nennen, wenn man Herzöge umbringt. Aber das ist wohl Ansichtssache. Wir werden in einer Woche in Baldurstor ankommen und werden sicherlich in unserer gewohnten Unterkunft im Unterkeller weilen. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wünscht, werdet ihr uns dort finden. Stets zu euren Diensten. Slice. Hier wird schon mal Sarawoc namentlich erwähnt. Das ist gut. Sarawoc. Ich muss gestehen, dass unser erstes Opfer nicht die Herausforderung war, die meine Frau und ich erwartet haben. Der aufgeblasene Idiot war nur scheinbar zur Verteidigung bereit. Doch kann ich euch versichern, dass Enter bis zum Ende köstlich geschrien hat. Äh, okay. Ich hoffe, dass die nächste Mission schwieriger ist. Danach zu urteilen, was ihr mir erzählt habt, scheint es so. Nichts Geringeres als zwei Großherzöge in ihrem eigenen Palast zu ermorden, während sie den Hochadel von Baldurstor selbst zur Rede stellen. Ich kann es kaum erwarten. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ihr solltet herunterkommen und selbst die Freuden des Unterkellers genießen. Doch wie ich euch kenne, wird das niemals geschehen. Euer ergebene Diener Slice. Warum würde Sarawoc niemals in ein Freudenhaus gehen? Vielleicht ähnelt er uns doch. Weil uns ist ja auch nur die Aufgabe wichtig und nicht irgendwelche weltlichen Ablenkungen. Nur, dass er halb böse ist und wir gut. Hm, achso, da war noch was. Das Tagebuch von Sarawoc. Na, wenn da keine Hinweise drin sind, dann wisst ihr ja auch nicht. 14. Erlenkt 1367. Heute hat Kormir dem Eisenthron das Verbot auferlegt, innerhalb Kormirs Grenzen zu handeln. Obwohl dies ein großer Schlag gegen den Eisenthron ist, bietet sich nun auch für Rielta die günstige Gelegenheit, dem Hohen Rat des Throns mit seinem Antrag gegenüber zu treten. Wenn alles gut läuft, können wir die Operation in diesem Jahr beginnen. 25. Marpenot 1367. Davion. Ach, den Namen kennen wir doch noch. Das war der Anführer der Zwergenmine. Hat eine Nachricht an Rielta gesendet und ihn darüber informiert, dass die Minen im Mantelwald trockengelegt und einsatzbereit sind. Diese Mitteilung müsste sehr helfen, den Hohen Rat des Throns zu überzeugen. 2. Nachtaal 1367. Der Rat des Nachts des Eisenthrons hat beschlossen, Rieltas Plan zu unterstützen. Er hat alle erforderlichen Ressourcen erhalten und ihm wurde die Leitung des Projekts übertragen. Ich habe meinem Vater in Anführungszeichen gegenüber Interesse bekundet und er hat versprochen, mich an der Operation an der Schwertküste teilhaben zu lassen. In unserem Gespräch erwähnte er Mutter. Ich sollte ihm nicht untreu werden, so wie sie es tat. Er stellte klar, dass ich ihr Schicksal teilen müsste, wenn ich es doch täte. Uff. Also Sarawoks Mutter, wahrscheinlich seine leibliche Mutter im Gegensatz zu seinem Vater, wurde umgebracht, nur weil sie ihn irgendwie hintergangen hat. Also in Rielta. Kein Wunder, dass Sarawoks so komisch drauf ist. Ich habe beschlossen, die Zeit für meinen Besuch in Kerzenburg zu nutzen. Ich habe lange damit gewartet, in Prophezeiungen von der Lunde nachzugehen. Ich muss wissen, ob der Priester von Baal die Wahrheit gesprochen hat, bevor ich ihn tötete. Bin ich der Sohn eines Gottes? Bin ich Baals Sohn? Elfter Chess, 1368 Meine Nachforschungen waren erfolgreich. Die Mönche hier in Kerzenburg waren sehr hilfreich. Aus dem zu schließen, was ich bisher gelesen habe, scheint es sicher, dass in meinen Adern Baals Blut fließt. Seine Prophezeiungen sind, selbstverständlich, doppelsinnig. Doch ich denke, ich verstehe sie. Alle seine Kinder sollen einen Teil seiner Macht geerbt haben. Doch nur eines ist es wert, seinen Platz als Gott einzunehmen. Zwar wird dies nicht ausdrücklich gesagt, aber es ist zwar zu vermuten. Ja, Vermutungen sind so eine Sache, was Weissagungen angeht. Mein Vater war der Herr des Todes, also muss ich meine Würdigkeit durch eine Tat bewiesen werden, die mit seinem Konzept übereinstimmt. Eine Art ruhmreiche Huldigung des Tötens. Oh weia. Dritter Tarsack, 1368 Der Mönch Gorion macht mir Schwierigkeiten. Er scheint an meiner Lektüre interessiert zu sein. Ich muss vorsichtiger sein und meine Nachforschung verborgen erhalten. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach umbringen. Aber ich zweifle daran, dass dies in dieser abscheulichen Bibliothek möglich ist. Elfter Tarsack, 1368 Ich hatte vergangene Nacht einen Traum, in dem meine Mutter zu mir sprach. Ihr Gesicht wurde währenddessen aufgedunsen und farblos und ihre Stimme wurde schwächer. Als sie mich bat, sie vor Rielta zu schützen. Ich sah, wie die Garotte ihr in den Nacken schnitt. Aber ich tat nichts. Es war nur ein Traum. Ha, das könnte andeuten, dass Sarah Wock die Träume nicht ganz so mitnehmen, wie sie uns mitgenommen haben. Aber das ist nur Spekulation. 27. Tarsack, 1368 Ich verabschiede mich nun von Kerzenburg und nicht einen Augenblick zu früh bin ich doch überzeugt, dass Gorion mein Erbe erkannt hat. Ich bin sicher, dass Gerogon in Wirklichkeit ein Nachkomme Baals ist. Gerogon zeigt alle Anzeichen und das würde Gorions Neugierde an meiner Studie erklären. Ja, wir haben es schon geahnt, aber hier steht es nochmal schwarz auf weiß. Und Sarah Wock scheint zu wissen, wovon er spricht. Im Moment kann ich nichts weiter tun. Doch muss ich unbedingt zurückkehren und den kleinen Balk töten. Es wäre dumm von mir, eines meiner Halbgeschwister am Leben zu lassen. Vor allem eines, das von den Hafnern aufgezogen wurde. Und ich bin sicher, dass Gorion zu ihnen Verbindungen hegt. Ja, nämlich zu Jahira, zu Khaled und zu den zwei, drei anderen Gestalten, die auf unseren Reisen und dir noch begegnet sind. Elminster dazugehörend. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Elminster direkt ein Teil der Hafner ist. Hm. Muss ich nochmal nachlesen. Fünfter Mirtul 1368. Ich habe mich heute mit Rielthars in Baldurs Tor getroffen. Er hat einen Stützpunkt im Herrenhaus einer verarmten Adelsfamilie eingerichtet. Mein Vater sagte mir, dass alles glatt liefe. Mollahey hat sich bei den Minen von Naschkel aufgebaut und seine Koboldhorden müssten bereits intensiv das Eisenerz verseuchen. Nur einige wenige Sklaven haben begonnen, das Erz im Mantelwald abzubauen. Doch Elter versicherte mir, dass wir nach Beginn der Raub überfällig ständig mit neuen Sklaven versorgt werden würden. Ja, da waren recht viele Sklaven, als wir da aufgeräumt haben. Achter Hammer 1369. Ich habe mich mit den Führern der kalten Hand und den schwarzen Krallen getroffen. Für Adenor, den Führer der kalten Hand, habe ich nichts übrig. Doch Tau-Gurz scheint ein zuverlässiger Mann zu sein. Den Rest des Jahres werde ich mit den Söldnern zusammenarbeiten. 3. Tau sagt 1370. Alles entwickelt sich gut. Die Qualität des Erzes aus Naschkel wird langsam schlechter. Und meine Söldner haben bei der Auslöschung aller auf dem Weg nach Baldurstor befindlichen Eisenkarawanen sehr gute Arbeit geleistet. Ja, also hier sehen wir schon mal ganz offensichtlich, dass er zuständig ist für die Eisenkrise. Einen besseren Beweis könnten wir gar nicht haben. Obwohl einige meiner Söldner gefangen genommen wurden, glauben die meisten, sie arbeiten für die Zentramier. Äh, Zentarim. Das heißt, der Eisentron hat bisher keine Schwierigkeiten bekommen. Ich bin sicher, dass die Zentarim in Dunkelburg nicht begeistert wären, wenn sie wüssten, dass ihr Name missbraucht wurde. In den kommenden Monaten muss ich besonders auf zentrische Spione achten. 19. Küthorn, 1370. Ich denke, ich werde jetzt genügend Zeit haben, mich um den komischen alten Kauz Gerain und seinen kleinen Balken zu kümmern. Ich muss meinen Männern Bescheid geben, dass ich die nächsten Wochen nicht anwesend sein werde. Es lief nicht alles genau nach Plan, aber ich werde die Situation noch retten können. Georgon ist auf dem Weg nach Baldurstor. Das ist aber ein ganz schöner Sprung hier. Also seit Gerains Tod ist ein halbes Jahr vergangen, bis wir auf dem Weg zu ihm waren. Also knapp ein halbes Jahr. Hm, na gut. Georgon ist auf dem Weg nach Baldurstor. Wenn ich ihn nach Kerzenburg locken könnte, hätte ich den perfekten Sinn, Pock. Mein Vater trifft sich dort mit den Ritter des Schildes. Wenn ich beweisen muss, dass ich des Erbes meines Vaters würdig bin, so muss es bald geschehen. Mein Vater hat alle meine Versuche unterbunden, die Feindschaft zwischen Amm und Baldurstor zu schüren. Ich muss mich von ihm und seinen Gefährten befreien, wobei ich mir über eine Sache sicher bin. Nicht die Doppelgänger werden Rielta töten. Diese Ehre möchte ich für mich reservieren. Eine Garotte wäre, glaube ich, ideal für diesen Zweck. Haaah. Na gut, also die Garotte, weil seine Mutter damit umgebracht wurde von Rielta. Aber er hat ihn nicht persönlich umgebracht. Wir haben das gemacht. Na gut, vielleicht sieht er das so, dass wir seine Werkzeuge sind, wenn auch unwissentlich. Und er dadurch seinen Vater umgebracht hat. Aber wenn man ein Gott des Todes und des Morgens werden will, dann sollte man sowas schon persönlich machen, oder? Na gut. Aber wie ich eben schon erwähnt habe, das ist der beste Beweis, den wir hätten finden können. Den sacken wir auf jeden Fall ein und verstauen ihn gut. Und jetzt gehen wir erstmal hier raus. Da haben wir noch eine Haste. Ja, die benutzen wir mal kurz. Jetzt gehen wir erstmal hier raus, gehen zum magischen Allerlei. Kaufen dann noch ein paar Tränke und Stäbe. Und da müssen wir möglichst schnell in die Kanalisation. Weil die beiden Attentäter werden nicht ewig warten, bis sie auf die Herzöge losgehen. So, da lang. Ja, wir müssen unsere Gruppe zusammenfinden. Es gibt sogar ein extra Wort, um das auszuschalten. Es gibt kein Problem. Vielen Dank.